hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad boss mit mir den torben und mit dabei sind wie ihr schon gehört habt der tobi der tobi und echt und der mysteriöse flori und ja leute wir sind wieder zu dritt vereint das heißt die runde das war professionell wieder hier die runde haben wir gewonnen und uns irgendwie anzustrengen das ohne dass jetzt irgendwie arrogant rüberkommen zu lassen und ihr seht schon ich spiele mal mit einem texture pack einfach weil sich ja diverse personen gewünscht haben mal etwas abwechselnd in das ist glaubt das war ja wir gehen auf jeden ein man eben ich wollte auch mal gleich so ein paar leute noch mal hier in den clan einladen wir sind jetzt übrigens auch im clan als und ich ja und so wie wir rausgefunden haben glauben wir dass wir nicht nötig ist dann stelle ich einmal ganz kurz ein bisschen lauter ja du schreit quasi so sprich mal kurz ja hallo perfekt perfekt hallo hallo ja da ist spitze so ja ich will den hässigen typen hier runter na gut dann gehe ich schon mal zurück ins zelvenbogen so okay jetzt habe ich den typen runter und lebe auch noch okay alles klar ich habe unser bett zu flow ach ich hatte ein schwert dabei ja gut das sind minecraft skills tor so ich bring zwei gold zurück einfach ist dann können wir noch ein bogen für dich torben ich habe einen lasten florier mal lieber also ich denke nicht dass du sie die ausrüstung hier bei mir wir gehen kann nicht dass ich besonders viel drauf haben wir den geld ist dort geben ja gib mir ach ich dachte du hättest du nicht richtig und nein für mich wie viel eisen hast du noch gar nichts das ist gut wir sollten vielleicht nicht alle drei gleichzeitig kauft ja ist mir sowas schon egal und droht sich dass man das ob die feinen sich umstellt macht es aber da kommt schon einer aber wir haben wir sind zurechtgewiesen mal da hast ihr denn zum neuen update zum neuen update der 1.9 das könnte sehr kompliziert werden ehrlich gesagt ich habe ich habe ein bisschen angst davor dass es komplett kompliziert wird ja vor allem finde ich dass irgendwie das geht in die falsche richtung so mit den neuen pfeilen und ach so ja ja das stimmt das ist eigentlich schon ja und ich finde ich finde ich finde ich finde in der augusten ist eigentlich dieses links und rechts und ja ja eben eben das kann man ausstellen dass ich werde das auch nicht nutzen niemand der total scheiße über uns ist einer ja aber ich habe gerade die totalen ich nehme noch mal kurz mein texter pack rein irgendwie habe ich glaube ich dass er das zu hohe dafür und das leckt ein bisschen vielleicht liegt es auch nicht nur an mir ok mal gucken also aber ich werde auf jeden fall mal für abwechslung sorgen in den nächsten folgen oder sofort alter der floh komo ist an seiner nauer hat da kommt lang aber da kommt auch mein gott ich muss eben den grünen was war das denn ich bin einfach hat er hat mich mal ich bin einfach runter geflogen Tobi, ich hab 3 Gold übrigens. Ich hab 2. Torben? Jetzt hab ich auch 4. Ja, ich wollte eigentlich rushen, den gelben, das dumme gelbe Team. Na gut, dann speich auf ein Eisenschwert. Ja, ja. Ich brauch nichts. Dann geh ich nach Hause mit dem Eisenschwert. Ich möchte eigentlich jetzt irgendein Team machen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, in den Brunnen muss ich mal reingehen. Brunnen? Das hab ich ganz vergessen. Ein gelber? Zwei gelbe? Heißt die mit Westen? Zwei gelbe? Zwei... Drei gelbe? Keine Ahnung. Ja, drei gelbe. Ach Tom, warte, ich kann dir mal helfen, ne? Vielleicht hab ich irgendwas abgeräumt, ich weiß nicht, ich hab versucht einfach durchzuhören. Nein, gar keinen. Das freut mich. Nächstes Mal nicht. Flori, was anderes. Oh, hier kommt einer. Zu uns? Alter. Danke. Danke Tobi. Ich hatte 13 Gold, das wär ziemlich mies gewesen, wenn ich gestorben wäre. Rackles. Rackles. Alter, bist du okay? Flori, wo bist du denn? Achso, ich geh gerade nach Hause und... Hast du das wirklich ernst? Hallo. Ey. Was macht ihr denn? Nichts produktive Brücken über unseren Weg bauen. Das bringt uns sehr viel. Irgendeiner ist in der Mitte da oben, ne? Ja, ich brauch auch. Oh, der gelbe. Der gelbe. Da, jetzt mein Rückschussstab. Bam. Oh mein Gott. Das war so großartig. Achso, der Klabautermann. Kein Problem, den kick ich eben. Willst du den mal? Hä, lol. Guck dir den an. Nein. Oh, lol. Ich hab den mit dem Stock totgeschlagen. Da kommt wieder ein roter, roter. Ähm. Brauch dich. Brauch dich. Ja, ich hab zwei Leben. Ist egal, lenk ihn ab. Ich versuch den jetzt. Okay, ich hab ihn abgelenkt. Ich hab ihn super abgelenkt. Alter, Torben. Ich krieg den. Ich hab den. What the fuck, was passiert hier? Oh mein Gott. Ich skille rum wie sonst was. Bin ich unsichtbar für die? Rot. Rot hat grad ein Problem. Tobi, ich versteh es nicht. Ich versteh nicht, warum ich nicht sterbe. Ich hab keine Rüstung, gar nichts. Und ich, äh. Aber ich hab zwölf Gold. Vielleicht brauch der dich hier langsam. Achtung, Flo, da kommt einer. Den kick ich. Für dich. Ich mach den Weg frei. Ich hätte auch... Ja, ne. Ich bleib jetzt bei Tobi. Achso. Ich dachte, ich mach dir den Weg frei. Okay, ich denke mal von... Flo, geh mir alles Gold, wenn du noch aus hast. Und die aber reden gerne durcheinander und ignorieren, Torben. Hä? Ihr ignoriert mich ja gar nicht. Äh, Tobi, dann bleib ich hier. Nein, ich hab ja gar nicht geredet. Tobi, hier. Ich denke mal, Rot tut uns nichts mehr. Ich beschäftige gerade Gelb ein bisschen. Ach, Rot ist nur einer. Warte, ich mach den mal eben schnell. Okay. Tobi, der Grün. Ich hoffe... Du hast Gelb so... Ja, ich hoffe, dass ich dir im Bett kriege. Achtung, Gelb kommt. Gelb kommt. Gelb kommt. Mach erstmal, äh, halt erstmal kurz Gelb in der Mitte. Ach, mein Gott. Hier sind überall Half-Steps auf dem Dach. Das kotzt mich ja gerade richtig an. Ja, ja. Du brauchst einen A-M-Body, ja. Nicht, aber auch keinen Boss-Bammer. Außer man ist... Uns leid, hallo. Er meinte mich, du Idiot. Oh Gott. Oh, Gott. Was ist jetzt passiert, ey? Ich hab jetzt nicht aufgepasst beim Schreiben. Die Grünen sind gekommen. Kurze Frame-Einbrüche hatte ich gerade. So, jetzt geht's. Fuck, Alter. Was ist los? Nicht sterben. Ja, doch, tu ich gerade. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Ja, geil. Fuck. Boah, ey. Ich muss jetzt das Resource picken. Die Fault, ey. Das geht doch nicht. Wie soll ich solche lag? Ja, da bin ich noch nicht zu gekommen. Hä? Alter, ich verstehe jetzt gar nicht hier. Ah. Ah. So, wer hat dich getötet? Boah, sieht das eklig aus. Wer hat dich getötet? Wer hat dich getötet? Team Grün. Team Grün. Ja, Team Rot ist weg. Team Grün. Boah, fuck ist das eklig. Was ist denn das? Ah, Team Gelb kommt. So uns. Äh, ne. Einer down. Zwei down. Zweiter down. Nice. Ähm. Jetzt. Achso, das bist du. Da oben liegt ja ganz viel. Oh mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Nein, das ist meins. 22 Gold. Ach Tobi, Alter. Du spamst einfach voll. Nein. Ich musste mich korrigieren. Wieso? Achso, du hast das LP falsch geschrieben. Ja. So, Flo. Ich habe Gold dabei. Ein Gelber lebt noch. Ey, Leute, ich brauche euch mal. Ähm. Hier, du gut. Was war das denn jetzt? Ja, ich gönne mir jetzt erstmal, ne? Dem Flo, dass ich nichts mehr im Gold. Kannst du mir nur ein Gold geben, dann habe ich ein Eisenschwert mit dem 4 Gold hier. Das kann ich machen. Ja, hier kommt doch in die Mitte hier. In der Mitte liegt genau. Ich würde jetzt gerne Gelb zerstören. Ne, ich habe den Flo hier schon was gegeben. Okay, ich gehe jetzt Gelb zerstören. Ihr könnt mich machen. Ja, Gelb ist schon zerstört. Da ist nur noch ein. Ne, den letzten töte ich jetzt. Wenn ich weiß, wo der steht. Ich glaube, der ist so gut wie down. Hol ihn dir. Okay, entkommen wir sind. Ja. Boah, ey, die Items finde ich ja bei mir die Vollzeit eh das Schrecklichste. Warte, warte. Ja, ne, schade. Der kommt einfach gar nicht da raus. Hacker raus. Hacker raus. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Lass den Schwarz haben. Ja, warte. Ich baue mich hoch. Ihr könnt unten ein Loch reinbauen. FRO-Greyma hat das Spiel verlassen. Ja, wir müssen die alle mit dem Beruf ausbauen. Weißt du, dann lasse ich mir hier schön viel Zeit. Ich baue mich hoch. So geht natürlich den Umweg. Warte, aber wir müssen mit dem spielen, okay, bitte? Hallo? Na klar doch. Der leckt irgendwie. Oh Mann. Da ist jetzt traurig, dass ich hier mit dem Stock totgeschlagen habe. Die Heck haben gewonnen. GG, GG, GG. Ja Leute, schöne Runde, 10 Minuten lang. Das war doch ein knackiger Auftakt. Oh scheiße, ich habe gerade drei Screenshots gemacht. Und ja, lasst doch eine positive Bewertung da für diese Runde. Und erfreut euch daran, dass wir wieder zu dritt sind. Yo. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.